unnötig scheiße schwätzt da reden normal dann macht keiner dir was okay kannst du bitte dann noch mal auch dass mir so sagen guck mal was gut gemacht aber ich kann es nicht so gut die können das besser mach mal so jetzt auch aber das ist auch damit wenig ernst nehmen hast du nichts besseres zu tun man sagt man ich habe dir meine meinung gesagt wenn du probleme an schreibt mir privat wir treffen uns was ist mein mutter gesagt sagt man dass man ein gesicht bevor mich beleidigt alter verstehst du ich meine keiner hat was zu dir gesagt macht wirklich machen die kameran bevor du bleibst okay für dich nicht angesprochen du mein mund was zeigt dein gesicht was ist über meine mutter gesagt ich habe nein da gehe ich drauf ein er soll einfach ich lass in diese möglichkeit geben diese möglichkeit auch vernünftig guck mal wir sind alles was du sagst aber zeigt dein gesicht sagt uns das so ins gesicht wenn du ja aber du bleibst doch nicht privat du bleibst hier und ich schicke mir privat ich gebe dir heute und wir treffen uns gerne wenn ja es ist ein gesicht sagen wir treffen uns alle da kommen zeig dir okay kein problem ich komme aus frankfurt ich komme aus frankfurt ich komme aus frankfurt ich komme aus frankfurt ich komme aus höchst du mutterfucker ich fisch deine ganze rasse ich komme aus höchst du ich komme aus höchst komm 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 Arafat hat deine Mutter gefickt, so fertig. Arafat, Arafat, Arafat hat deine Mutter gefickt.